Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Lost Ark Beziehungs-Quest Shorty. Ich bin hier in Arthentin, Sterns Ursprung, oben in diesem Rathaus. Und neben mir, hinter mir ist Sascha mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf und sie hat wohl eine Quest für mich. Das hat relativ lange gedauert, bis ich meine Tugendwerte entsprechend hoch habe. Aber jetzt sind wir soweit und mal gucken, was die Gute von uns will. Eine Quest erhalten. Sascha? Oh, du hast mich gerufen. Tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Ich schreibe einen Vertrag mit dem... Wie mit dem Wörderndier mit dem Dingsbums umgegangen werden soll. Das ist nicht einfach. Seine Technologie würde für furchtbare Dinge eingesetzt und muss beseitigt werden. Und dennoch... Das sind die Probleme. Ach, du musst... Jetzt... Hänge ich da gerade ein bisschen. Aha. Was ist eine Option auf meiner Liste, aber... Was ist eine Option auf meiner Liste, aber... Okay. Nun, es spricht in der Tat einiges dafür, den Turm zu zerlegen und die Teile wiederzuverwenden. Es ist ein schwieriges Thema. Das Parlament hört mir einfach nicht zu, wenn ich nicht jede Kleinigkeit bedenke. Ich mache mir außerdem Sorgen, dass die Bürokraten meine Objektivität anzweifeln, weil ich eine Beziehung mit Grauser hatte. Klar, ich verstehe das. Wirklich. Aber sie liegen komplett falsch. Hey, hast du etwas vor? Ich würde gern mit dir etwas trinken. Lass uns etwas trinken. Ah, wunderbar. Das freut mich. In dem Fall treffen wir uns in der Taverne. Okay. Das ist eine Option auf meiner Liste, aber... Lass uns was trinken. Ah, nicht verlassen und nochmal G drücken, dann komme ich automatisch raus. Die Mons? Na, ich huste mir hier einen abgerade. Das ist jetzt nicht Corona, also... Gestern hast du einen Schnelltest gemacht. Du willst doch bestimmt wissen, was zwischen mir und Krause läuft, oder? Krause war ein Träumer. Ihm lagen viele Dinge sehr am Herzen. Doch in diesem Herzen gab es nicht genug Platz für mich. Wie auch immer. Er ist fort und das ist auch gut. Ich habe mich hingebeamt. Die war schon voll besoffen, wo ich angekommen bin. Interessant. Die hat sich wahrscheinlich... ...ein Stück reingebeamt. Ah, höre dir Nerias Erklärung an. Ah, okay. Ich bin froh, sie heute mit dir zu sehen, Inspektorin. Die war aber trotzdem voll. Ich habe ein Antikatermittel zubereitet. Könntest du es vielleicht Sascha bringen? Okay, machen wir. Ah, wieder da oben. Ich bin froh, sie werden. Ich bin froh, sie sind froh. Ich bin froh. Ich bin froh, sie werden. Ah, Neria. Sie ist ein so toller Mensch. Nett, lustig und so rücksichtsvoll. Ich glaube, wir alle könnten uns eine Scheibe von ihr abschneiden. Das bist du doch auch alles. Findest du? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich mag eine gute Schatzmeisterin sein, aber mit anderen Leuten habe ich oft Schwierigkeiten. Es ist schwer, alte Gewohnheiten abzulegen, selbst wenn man es so weit gebracht hat wie ich. Ah, jetzt geht es mir gleich viel besser. Ich trinke in der letzten Zeit so viel, dass ich kaum noch betrunken werde. Okay, aber du warst vorher ganz schön knülle. Was für ein Problem, hä? Vielleicht sollte ich diesen Vorschlag fertig schreiben, nachdem ich jetzt nüchtern bin. Danke, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast. Du bist wirklich ein guter Freund. Das meine ich ernst. Okay, 300 Punkte für die Quest-Neben-Nachwirkungen. Und ja, das kann wieder eine Täuschung sein mit diesem Ausrufezeichen. Deswegen, an der Stelle ist ein Shorty-Beziehungs-Quest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch solche Shortys gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert einfach den Channel. Und schreibt Kommentare, Lobkritik oder einfach nur Hallo. Würde mich riesig freuen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier in Lost Ark. Bis dahin, macht's gut zusammen. Tschüss. Und immer schön gesund bleiben, ne? Bye, bye.